Hallo meine Wölfe kurz vor knapp, kurz vor Runde, letzte Rostigkeit gesagt, er geht mal wahr Geisel aufmerksam ist ja schon übrigens wir fangen natürlich an, wir spielen jetzt mal wieder, wir spielen jetzt mal wieder das war die Meldung, wo wir neulich so 10 Sekunden, die haben dann direkt runtergefallen ja mach, komm mal, du kannst besser spiepritschen ja, eh was besser heißt nicht, dass du's kannst hohohohoho die Erkel aber wenn du, äh ich dachte, wenn du damit nimmst mal das Eisen, dann wär ich, dann wär ich vielleicht sogar agrony-terrissiv geworden ist so ok ach so, ok, alles lang ja ich bin ja ver, er heißt halt einfach Mr. Ruhrpott hast du was gegen den Ruhrpott zu sagen? ja dann sag's mir ins Gesicht ok, Ruhrpott ah schaust auf das ist wirklich hell ne kacke ich weiß, dass das grad sinnfrei war, aber das ist einfach hell es wäre mal sehr nett, wenn du vielleicht in die Mitte kommst und mir hilfst ach so, äh ja ich equip mich dann obwohl, nee, brauche ich nicht ich komm auch so ich fang mal an mich zu equipen, ne ja ja da ist das war ganz voll logisch ich wollte mir eine Brustplatte holen und geh aus der Rüstung raus um dann wieder reinzugehen um dann wieder reinzugehen um dann wieder reinzugehen sonst kommt jemand Lava mit Fulle Kpped ja ich habe auch politik und soll auskommen hat ja was ist auch ein Arzt ist das Dachau was ist auch in der Saison der Lappengeburt von der Lappen halt die Stellung der Garten gut ich stelle die Haltung die geschlagen die und dem nicht mehr das ist das das ist nicht aus dem grünen er hat man müsste er nicht mehr blauen werden und dann in den grünen gehen haa ich werde das machen wenn man das vorliegt feistert und kann es nicht mehr blöcke kaufen schlicht er hat uns abbreitet ist das kacke muss von der Karte hier aber da kann nichts die die bei diesem Video guckst er das war so die Taktik ist wirst du was für eine Scheiß-Taktik ist? Hey, das war mein Kind, du, Abschaubo! Ja, okay. Wo, der Tusten? Der Tusten, das hält oder was ist dann los? Ich wollte den eigentlich Eisen geben, aber er will es nicht. Ich brauche es einfach in unser Bett, weil, ganz gut. Und ja, man kann bessere Dinge mit Truhen machen, als ich vorstelle, weil mir wird grad nicht sein. Nö. No 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 no, ich komm, loop-deckte- Oh, die ist jetzt schon raus. Wie Etasel-Taktik, ich hab den Ohr, getötetet! Hä. Mäh! Richtig wie so ein Rasen, die einfach mal Mäh. Ne wie so eine Zieger. He 150. Dien ist ein Schaf gerettet. Fuck, Hilfe, Hilfe! Hilfe! Mitte! Fak, wie ist das denn? schütteln zur Brusthilfe höre ich kommt wir haben einen Schaff gerettet auch von Sitzel zum Kling diese Geschichte ihr kennt uns denn so private Schaf 8.000 der Topfer was hat er beim Boden Gartenstreich hat gekillt und ich war natürlich so blöd ich wollte äpfel platzieren ich bin die Leute dieser Mensch kommt ist scheiße ich mit so richtig ist er in Wiesner weise kreis lieber BD oder wie auch immer du heißt du bist schweiß ich nicht weil das sind sie nicht er hat uns aus beschädigen auch als man noch so eine kurze Sekunde oder so was passiert ich bin der Mitte das drei Gold Kanzler der Kielbücher abend es war okay hier jetzt kommt es die Zeit und jetzt kommt der Katz glaube ich auch das ist der Klinik und so ein Tatschenspieler bis dahin und weil zum Vorschlag gehabt wie wir das machen dass wir nicht immer auf dieser Welt sterben wenn er mal kann er einfach in anderen Worten mit reingehen aber schreibt in die Kommission wir hatten sehr viele Leute es läuft gerade bei uns schon wir wollten jetzt hier auf jeden Fall was ging ganz gewaltig was und zwar aus und ich konnte mit aufbauen offen kommen selber mit jetzt noch mal ob es jetzt geht ich glaube aber nicht das schwebte mich in der Luft immer wieder politisch hier hallo das ist durchschnittlich ja das werde ich jetzt auch tun den nächsten Parien ich bin richtig hatte noch stehen und leute auch nicht wundern in der größten bei dir ist auch diese Borda oder das ist bei dir die Borda wieder was für den die Borda was meinst du so eine Wand so eine Wand nee hier ist keine Wand weil sonst war es immer so auf der Map weil immer so ne Borda wie es halt auch sonst auch immer in Varro war in Varro was steht denn nicht Varro Vanilla bla 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 Vanilla Rollplay eigentlich ja keine Ahnung äh ich will übrigens nicht anwögen bei mir ist die Borda aber dass man die Runde so weiterspielen hast du das in mir schweißen das wenn man nicht will ich hier auf jeden Fall Regen Söhne und Bock ich sage mir nach drei Tonen muss man liefen die erste Kammerstadt du musst dann liefen scheiße ich bin direkt ist mein Tod und es kann so jüngst ich glaube es kann auch raus das kann man nicht tun zum Schöpfen jetzt auch nicht stellt euch vor so blöd bin ich auch nicht nur der Akkuratzustand Alter lass den aus dem Spiel und nicht das dein aus dem Kelln ich hab meine eigene Logik nicht ganz verstanden ich hab das ey was die gerade in Schutz Schutz genommen du hast gerade was in den Schutz genommen ne egal was hab ich ja das gesagt ähm ich bin es nicht wenn ich runtergefallen bin ja weiß und zwar dummheit und nicht weil du du was ich wo ist denn da überhaupt das Bett kann man denn zu deinem Bett jetzt zum Einkommen dann kann man das so zu meinem Kammer ich bin so zu Blüte und Kammer kommt Sachsen da 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 ich hoffe übrigens dass die zu rostig ist mal leistens diesmal hab ich richtig gesagt jetzt lass's doch mal ich kann eh nicht sterben ich bin bis der Hellfire ja das war so klar kannst mal ich lieb das jetzt isch zu Hause du kommst immer und meint sie direkt Mabu sein zu müssen das was für die Sprung freiwillig und durch die Schnauze voll die Beine ist was anderes wenn man in Katrin da sind wir auch schon wieder wir sind wieder auf der Kumpel komischen Kurschmeck das Lagerfeuer Lied und da also das Lagerfeuer Lied am Bad am Bad Lagerfeuer ein nicht kenne ich nur nachts ich weiß nicht was er hat mich schon falsch läuft aber Prozent ich kann zu Kuhn Minuten Entschuldige mich für meine schlechten Kamerverhältnisse tun mir sehr leid er genau der hat den Rückschluss Dicke gönnt er hat sich einfach gegönnt er hat einfach gemacht ich komm nicht klar auf den Menschen ich komm einfach nicht klar er ist er passiert ich komm einfach nicht klar nein du bist einfach zu lange und sind nee nee ein Scheiß werde ich tun einen feuchten Scheiß ja jetzt hängt er auch noch jetzt hat er auch noch Speedhacks ausgepackt was ist das was ist das einfach mal ich würde so sterben mal einfach Rückschuss Starb von von ja genau jetzt kann ich nicht mal abholen was ist das was ist das die Wille wird nur weg ich will doch nur weg ich will doch nur nicht sterben denn was ich will sterben nirgends will nicht sterben hier die Bilder der Busby kompust mit wie es muss mich nicht das bringt mir schon gar nichts mehr nein Alter ich hasse nicht ich hasse nicht einfach und scheiß Dick reißt es wieder raus irgendwas das kann nee ich hab null Runden gewonnen guck steht sogar im Chat ne komm eine machen wir noch oder ich würde sagen die Titel drei Punkte und jetzt gewinnen das war schon an der Zielsetzung verloren aber wenn du bist nur zu uns gibt es hier noch Training kannst du dich mal annehmen bitte ich würde dich halt annehmen wenn ich dich sehen würde ich bin so ein bisschen der Kumpel hat ins Gesicht zu strecken ich will die was ich meinen Menschen hier erlauben jetzt haben wir vor mir aber